ja leute herzlich willkommen zu einer verkackten minecraft session ich starte mal die aufnahme jetzt hier also mein gameplay in 3 2 1 so ja wir haben eine ganze aufnahme session aufgenommen am stück ich weiß auch nicht warum wir zu faul waren stopp zu drücken oder kevin ja ganz einfach ja es gefällt mir auch nicht ich mache das nie wieder ich habe schon im video gesagt eigentlich das werdet ihr ja nie mitkriegen das nie wieder machen ich habe euch mal so die besten szenen raus geschnitten ich habe jedenfalls aus dem kevins keller schön holz abgebaut um das bei mir unten den boden damit zu verkleiden und habe dafür kevins keller mit tropenholzer statt birke ausgekleidet hat die natürlich ja als maul weil die natürlich nicht gepasst hat er rennt jetzt mit dem holz gerade zurück jetzt in mein haus ich kenne natürlich dafür weil das geht ja gar nicht also vor also die erste folge von dem blog hat markus noch hochladen ihr habt ja schon gesehen da stand ich halt in der tür habe gesagt wenn du reinkommst zündig an dann halt dann kann ich ein bisschen lücke und jetzt bin ich halt bei marcus und ja haben holz zurückgeholt ja so und jedenfalls hast du kollege dann jetzt als ich die da gerade im haus gekillt habe gesagt dass du mich auf jeden fall mein haus ab weil ich nicht mich killen würdest ohne probleme dann und im volk muss ich sagen leider habe ich herausgefunden dass quats nicht brennt ja aber marcus hat ja nicht nur quatsen haus ja holz hatte ich auch so ich gucke mir das gerade an ich glaube gerade nicht dass der kevin bei mir im haus ist weil ja da ist er noch drin was ich warte der gerade gemacht hat an schadet emotionen ja ich bin nebenbei an schadet kevin wir haben wirklich also richtig viel das werden bestimmt zehn folgen gewesen die wir jetzt auslasten aber das ist einfach ich kann es nicht schneiden mit movie maker es ist sonst ja nicht passiert außer das was ihr jetzt noch seht und das marcus hat danach so schnell weiter ausgebaut und die eintritt und das war hat eine menge neues holz geholt ja das habe ich auch gemacht also dieses wirkenholzer um die scheiße mal zu entschärfen so kennen wir dann kommt das hinter mir habe ich gar nicht gemerkt in der situation ihr könnt euch denken was er gemacht hat nein der baut nicht das holz ab da kommt er an gerannt da kommt da rein und zündet da schon zündet da schon an ich kann es noch ausmachen noch toll ja leute es tut mir leid es wird auch nicht mehr vorkommen glaubt mir das werde ich nicht noch einmal machen. Nicht einmal verleiten lassen zu so einer Scheiße. Markus wird sowas Schreckliches nie wieder zulassen. Ne, das werde ich nie wieder zulassen. Auch sowas hier, dass der Kevin einfach so mein Haus betritt, das werde ich einfach nicht zulassen mehr. Ja. So, jetzt pass mal auf, da fängt er an, anzufackeln. Ich natürlich da erstmal runterfallen und schaffe es nicht mehr, die ganze Kacke auszumachen. In der nächsten, ganz vor der nächsten Technik, haben wir schon aufgenommen, da ist Markus, das ist sehr unlieb, wenn wir alle in einem Keller rumhängen. Das werdet ihr noch sehen. Ja. Ja, das wird lustig, ja. Ah, scheiße. Tora hat sich auch so ein eigenes Eckchen gebaut. Ja. Hey, weil seht ihr gerade, wie ich versuche, das Letzte zu retten oder irgendwie denke, dass das nicht auf die nächste Etage übergreift. Ja, sehr ärgerlich. Ja. Leider ist mein ganzes Tropenholz am... Oh, ich freue mich so richtig, wenn ich das nochmal sehen darf in den nächsten Tagen. Ja, toll. Aus meiner Sicht am besten, ja. Ja, als du mein ganzes Haus weggefackelt hast, weggebombt hast, das war natürlich ein traumatisches Leben. Das fand ich auch lustig anzusehen, muss ich sagen. Ja, das fand ich auch lustig. Aber schade, das Quatsch nicht brennt. Das war richtig witzig. Alles weg, alles. Alles weg, ja. Dann würde ich aber auch deinen ganzen Buhl in die Luft springen. Aber eh noch ein Steinbunker. Bringe sich gerade im Hintergrund auf, aber ich werde natürlich den Ingame-Sound von dem Video wegmachen. Leider, Leute. Ich kann es ja nicht, sonst würde sich das überlagern und würde ja alle doppelt hören und so. Ich muss erstmal Kevin ins Bogen hier natürlich snacken. Erstmal das Wichtigste, was er besitzt... Den ich aber mittlerweile wieder habe, nicht, die euch wundert. Ja, ich war ja so sozial, habe darüber hinweggesehen. Ich bin ja... Hört man den Ingame-Sound? Äh, Ingame-Sound? Ne, den mal werde ich wegmachen. Ne, mein, den ich gerade hier habe. Ne, den hört man nicht. Ja, ich habe es jetzt aufgegeben, Leute. Ich stehe jetzt unten und warte, das alles abfackelt und habe nur noch Rache im Sinn. Ich habe schon den Themen-Busier-Blog in der Hand. Ne, aber ich werde es nicht machen. Markus kann kontaktieren, seit das Spiel, was ich gerade spiele, das werdet ihr auch bald wahrscheinlich noch auf dem Kanal sehen, das ist nicht relativ laut. Ich glaube, Markus kann ich denken, wer hier ist. Ne, anschadet? Ne, ich habe ja, werdet ihr bald noch auf dem Kanal sehen, das ist eine Reihe auf dem Kanal. Das ist relativ laut, aber sag nicht, wer hier ist es. Ne? Ich sage es dir gleich nach der Ausnahme. Ich sage nur, ich sage nur Multi-Warte-Schlange. Ähm, ne, jedenfalls... Ach, sehr schön, ja. Wie weit bist du denn jetzt? Ja, ich würde sagen, ich glaube, das reicht auch schon für die Leute, wa? Gut, auf jeden Fall, jetzt geht es mal weiter. Ich würde sagen, eine Stunde fehlt euch jetzt, aber es ist nichts mehr Wichtiges passiert. Markus hat den Keller ausgebaut. Ja, ich werde jetzt... Ich habe, seht ihr, gerade, die Bude ist jetzt ausgebrannt. Die Kevin-Sachen liegen noch rum. Ich habe die auch alle dann behalten. Ich habe dann nichts mehr zu denen dann reingelassen. Dann, ja, also ich meine... Das war es auch schon, das was interessant war. Und dann habe ich natürlich alles wieder aufgebaut. Genug drum, was hatte ich ja noch. Und ja, haben wir uns dann wieder Frieden geschlossen. Und jetzt haben wir ein kleines Projekt angefangen. Ja, haben wir angefangen. Aber wir verraten euch, wie gesagt, nicht, was es ist. Genau, das werdet ihr auch noch früh genug sehen. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaltet doch morgen wieder ein, wenn wieder eine normale Folge kommt aus dem neuen Aufnahme-Blog. Es tut mir wirklich leid, es wird nicht mehr vorkommen. Also, ja, also bis dahin, Leute. Macht's gut, haut da rein. Bis dann. Tschüss.